Oder? Ich schaue gerade. Ah, jetzt aber. Wir wollen ja glänzende Felgen haben, dass wir den ganzen Dreck hier rausbekommen. Deswegen wollen wir natürlich auch das Zeug einwirken lassen. Hier ein bisschen die Felge. Wie gesagt. Dann lassen wir jetzt einwirken. So. Und dann machen wir. Einmal. Einmal. Gib ihn. So. 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 schon mal auch zu pflegen ich weiß ja nicht wie es bei euch da draußen ausschaut aber bei mir ist es immer ein must have auch mal ein bisschen pflege meinem roller gegenüber gerade wenn man einen unverbastelten roller wie ich habe wie man hier sehen kann ja ist wirklich nichts groß außer jetzt hier ich habe sogar noch ein extra tuch dabei dass man oder dass ich sag das gehört auch mal dazu außer hier ist man sieht es hier hier sind teilweise ich weiß gar nicht woher das kommt aber naja gut hauptsache wir haben soweit erst mal wieder jetzt wo ich gleich den anderen hier zum beispiel da hat sich wieder einer wohl mal spaß erlaubt ausschaut und hat gemeint gut so jetzt werde ich den anderen lappen rausholen und die felgen putzen immer meistens zwei lappen dabei fangen wir eigentlich mal mal zwei minuten einwirken muss ich jetzt nicht unbedingt haben und machen so gehen wir mal von der anderen seite gucken das soll auch schon schon mal nach was ausschauen irgendwann werde ich auch mal meine felgen mal glaube ich lackieren aber muss ja nicht immer nur dreckig sein deswegen sage ich ja ich gönne mir das dass ich mein fahrzeug halt auch mal sauber mache es fällt ja schon viel schmutz von so fahrzeug auch an hier unten die musik auch mal wieder neu machen wie man hier sehen kann das gummi hier rostet halt ein bisschen aber somit sind die felgen auch wieder vernünftig und sauber und ja wie ihr sehen könnt ich pflege mein fahrzeug das gehört so für mich dazu und ja so jetzt werden wir das fahrzeug kurz raus schieben und hier oben noch ein bisschen putzen ja wenn euch das video gefallen hat abonnieren liken kommentieren folgt mir doch auf twitter instagram und facebook und seit beim nächsten video dabei gucke 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 Vielen Dank.